Zwischendurch Mit Stilfanovitz Und zwar Was singen wir? Ist es Hänzchen klein ging allein? Oder Frere Schacke? Oder Fuchswert die ganz gestorben Gib sie wieder her Gib sie wieder her Ne Ich sing jetzt nicht weiter Ähm Ja Welche von den drei ist es? Schreibt uns dann in die E-Mail Die ihr dann am Letzten Tag In dem letzten Video Ja Sehen werdet So Druggel Du darfst Ui So Und jetzt haben wir Was haben wir? Worms Reloaded Nr. 2 Genau Äh Das war das Race Game Oder so Ja das war ein Race Game Wer Genau Deswegen Wer war am Älsten Spiel oder so ähnlich Genau Wer war am Schmerzen Hätten wir da zum einen Mal Den MK05 Den Stefanowitz Und Akismo Ja Wer von denen war schon am schnellsten Ja Wieder zwei knüffelige Fragen Aber ich bin sicher Ihr kriegt es raus Ja So Jetzt darfst Sei den Schluss Pyrolog machen Genau Party Wir haben ja schon Disco-Licht Ich hab schon so Kopfschmerzen E-I-S-C-O Ich hab Halsschmerzen H-I-S-C-O Okay Dann sag ich mal Ab hier machen wir jetzt wieder ein Card Und E-I-S-C-O